Ich glaube, ich habe einen vegetarischen Hund. Das ist das Frühstück für die Schweine, die jausen meine ich. Schmeckt dir das? Schmeckt dir die Gucke? Der Neujahrsvorsatz für Bella, wir essen gesund. Da werden die Schweine erfreit haben, wenn du die Gurken flatterst. So einen Saustür magst du nebenbei. Jetzt sagt er, wir müssen für die auch Gurke kaufen. Nicht nur für die Schweine. Ist das gut? Das schmeckt auch, die Gurke. Paprika, sagst du nicht, bis man nicht wusstet. Was möchtest du noch? Paprika auch? Mahlzeit. where du siehst, wir reisen. ? Hier wohnt? Was.. A